Herzlich Willkommen zur Videoreihe zu Raum und Hohlmassen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Einführung. Zuallererst möchte ich mit den Begriffen Volumen und Rauminhalt beginnen. Wir wissen, jeder Körper umschließt einen Raum. Die Größe des umschlossenen Raumes nennen wir Rauminhalt oder Volumen. Das bedeutet, dass Volumen und Rauminhalt das gleiche beschreiben wir. Was können wir uns nun darunter vorstellen? Ich habe hier eine Schachtel abgebildet und der Raum, der von der Schachtel umschlossen wird, ist nun das Volumen oder der Rauminhalt. Hier habe ich eine Dose und das gleiche wie bei der Schachtel ist, der Raum, der von der Dose umschlossen wird, ist das Volumen oder der Rauminhalt. Um damit in der Mathematik rechnen zu können, benötigen wir eine Maßeinheit. Bei Längenmaßen ist es beispielsweise der Meter, bei Massenmaßen der Kilogramm. Bei Raummaßen ist die Maßeinheit ein Kubikmeter. Diesen können wir uns mit einem Würfel mit einem Meter Seitenlänge vorstellen. Und der Inhalt dabei ist ein Kubikmeter. Was bedeutet nun der hochgestellte Dreier? Das bedeutet, dass wir uns bei Raummaßen im dreidimensionalen Bereich bewegen. Im Vergleich zu Flächenmassen, wo wir uns in zweidimensionalen Raum bewegen, wo die Maßeinheit Quadratmeter ist, bewegen wir uns in dreidimensionalen Bereich mit der Maßeinheit Kubikmeter. Nun zur Umrechnungstabelle von Raummaßen. Wir haben Kubikmeter als größte Einheit und Kubikmillimeter als kleinste Einheit. Dazwischen liegen Kubikdezimeter und Kubikzentimeter. Um von der größeren auf die kleinere Einheit umrechnen zu können, müssen wir mit 1000 multiplizieren. Um von der kleineren auf die größere Einheit umrechnen zu können, müssen wir durch 1000 dividieren. Das bedeutet, dass unsere Umrechnungszahl 1000 ist. Nun gibt es aber auch Körper, wie zum Beispiel eine Flasche oder eine Badewanne, welche wir Hohlkörper nennen. Den Rauminhalt von Hohlkörpern geben wir auch in Hohlmaßen an, wie zum Beispiel Liter. Kommen wir nun zu den Hohlmaßen und der Umrechnung. Es gibt Hektoliter, Liter und Milliliter. Ein Liter entspricht 1000 Milliliter und ein Hektoliter entspricht 100 Liter. Ich habe nun eine Frage an dich. Überlege mal, wann hast du in deinem Alltag oder in Gesprächen anderer Menschen Kubikmeter oder Liter gehört. Notiere dir auf einem Zettel in einer Spalte Kubikmeter und in der anderen Spalte Liter. Drücke nun bitte auf Stop und notiere. Du kannst auch zur Hilfe in der Zeitung oder in Werbeprospekten nachsehen. Setzen wir fort. Ich habe das gleiche gemacht und möchte meine Tabelle mit Eura vergleichen. Bei Kubikmetern bin ich auf Mülltonne, Sand, Traktoranhänger, Zelt oder Holz gekommen. Bei Litern auf Badewanne, Flasche, Pool, Milch, Gießkanne, Aquarium. Ich hoffe, dass einige Begriffe mit deinen übereinstimmen. Nun kommen wir zur Gegenüberstellung von Raum- und Hohlmassen. Die Umrechnung von Raum auf Hohlmasse oder von Hohl auf Raummasse ist in der Mathematik sehr wichtig. Wichtig ist jedoch, dass ein Liter ein Kubikmeter ist, dadurch, dass ein Liter ein Kubikmeter in Angaben verwendet wird. Wir können uns also eine Flasche mit einem Liter durch einen Würfel mit einem Dezimeter Seitenlänge vorstellen. Kommen wir nun zur allgemeinen Vorstellung von einem Kubikmeter, einem Kubikdezimeter, einem Kubikzentimeter und einem Kubikmillimeter. Dazu möchte ich euch fragen, ob ihr im Alltag Objekte oder Gegenstände wisst, welche man mit solchen Maßeinheiten vergleichen kann. Mit einem Kubikmeter kann man beispielsweise einen Müllcontainer vergleichen. Ein Kubikdezimeter entspricht, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, einer Flasche mit beispielsweise einem Liter Wasser. Ein Kubikzentimeter entspricht einem Spielwürfel und ein Kubikmillimeter entspricht einem Stecknadelkopf. Zum Abschluss möchte ich nochmals kurz zusammenfassen. Die Maßeinheit für Volumen und Rauminhalt ist Kubikmeter. Die Umrechnungszahl bei Raummassen ist 1000. Die Umrechnungszahlen bei Hohlmassen ist 100 und 1000. Liter ist eine andere Bezeichnung für Kubikdezimeter. Ein Liter ist gleich ein Kubikdezimeter. Liter wird für Angaben von Flüssigkeiten und Hohlkörper verwendet. Ich hoffe, ich habe euch nun einen guten Überblick geben können und ihr seht euch anschließend meine weiteren Videos an. Viel Spaß dabei!